Hallo, hier ist Rangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants. In unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Folle uns jetzt. Halten Sie die Hitze die ganze Zeit hoch und braten Sie für eine Minute und 30 Sekunden an. Ich möchte klarstellen, dass mein Steak 2 cm dick war und eine Minute und 30 Sekunden auf jeder Seite gegart wurde, was etwa 5 bis 7 Jahren entspricht. Der Garzustand hängt von der Dicke des Steaks und dem verwendeten Herd und der Pfanne ab. Es gibt Unterschiede zwischen Induktion und offener Flamme sowie zwischen antihaftbeschichteten und gusseisernen Pfannen. Wenn Ihr Steak dicker als 2 cm ist, sollte die Zeit verlängert werden. Schritt 11 Nach einer Bratzeit von einer Minute und 30 Sekunden stellen Sie die Fettseite nach oben und braten Sie noch eine Weile. Das fette Öl wird duftender sein. Schritt 12 Sobald die Seiten gebraten sind, können Sie sie umdrehen und die andere Seite braten. Wiederum bei starker Hitze einer Minute und 30 Sekunden anbraten. Nach dem Wenden legen Sie die in Scheiben geschnittene Anjar-Butter auf das Steak. Lassen Sie die Anjar-Butterscheiben unter Wärmeübertragung auf dem Steak schmelzen. Schritt 13 Schneiden Sie einen Knoblauch und verteilen Sie die geschmolzene Butter auf dem Steak. Wenn die Butter geschmolzen ist, wird ein leichter Hauch von Cremigkeit in die Textur des Rindfleischs einziehen und dem Steak Aroma verleihen. Schritt 14 Verzehren Sie das Steak nicht in Eile, sondern lassen Sie es zunächst 5 Minuten ruhen. Der Grund dafür ist, dass der Saft eingeschlossen werden soll. Durch das Ruhen kann das Steak die Fasern lockern und somit den Saft einschließen. Daher ist dieser Schritt sehr wichtig. Schritt 15 Zart Weich und lecker Steak Abendessen bereit ist Ist nicht die Praxis ist sehr einfach und erfordert keine komplizierte Würze. Kombinieren Sie es einfach mit Anjar-Butter, um den Geschmack des Steaks zu verbessern und die Ernährung zu verdoppeln. Wenn Sie interessiert in unsere Videos, dann bitte zu folgen uns. dann bitte zu folgen uns. Gronkuk mehr als 4500 Restaurant Choice. Wir werden Sie immer wieder surprises. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!